Hallo, wir arbeiten weiter an unseren Dritts, den wir brauchen für den 2. Meistergrad, der 2. Dahn. Lasst euch überraschen, was das mal ist. Die, die aufmerksam sind, merken, um was für eine Bewegung es sich handelt. Es ist aus der Gunji Fukun, der ersten Hauptform, der Schlussteig. Ich gehe hier runter, kehre, führen und dann kommt in der Form der 2. Schlag. Was wir da jetzt aber nicht machen wollen, wir machen nur den Teil. Ja, den können wir schon auch noch bringen, kein Problem. Nur mal in Slow Motion. So, da, drehen, führen, schlagen. Probieren wir das in Action. Achtet darauf, die ganzen Drehungen richtig zu machen. So von oben nach unten rein drehen. Wir haben hier eine Kreisbewegung, die ich hier so nehme. Und ich komme dann hier wieder führen. In der Form würde ich jedenfalls Leopard-Faust machen. Aber ich kann auch ganze Faust machen. Und komme dann hier, üben das, wie ich das eigentlich immer sage, möglichst nahe an der Realität. Versuchen, den Speed hochzubringen. Versuchen, dazwischen vielleicht andere Techniken zu machen, sodass es möglichst realistisch ist. Vielleicht passt es bei mir, aber... ... ... ...